Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute eine Kombination aus Word und PowerPoint. Ich starte in Word, um zu zeigen, was ich gleich vorhabe. Ich habe hier einen Report begonnen zu schreiben mit den Erstinformationen wie Kontaktanschrift und Co. Und da soll nun der Report folgen. Das sieht immer ein bisschen bescheiden aus, wenn tatsächlich nur ein paar Daten aufgelistet werden. Heutzutage ist es üblich, dass man auch ein schickes Deckblatt dazu entwirft. Und das kann man selbstverständlich auch in Word entwerfen. Aber ich würde heute gerne einmal PowerPoint zur Hilfe nehmen. Denn wir haben hier viele schöne Möglichkeiten, Formen zu verbinden und zu designen. Und ich habe hier auch schon mal was vorbereitet. Und zwar ein kleines Template, was dem Deckblatt entsprechen soll. Ich habe hier einen Titel und einen Untertitel ergänzt, sowie verschiedene Piktogramme und Formen zusammengefügt. Und damit wir das hier etwas flexibler gestalten können, deswegen eben PowerPoint als Hilfestellung. Und ich zeige euch jetzt an der Stelle, wie das hier funktioniert und wie man das dann in Word flexibel benutzen kann. Okay, ich mache einfach mal eine neue Folie. Ein leeres Blatt. Ich habe hier ein Hochformat eingestellt. Das wird im Grunde ganz einfach erzeugt. Es gibt das Register Entwurf, wo Foliengröße als Button verfügbar ist. Hier sind die Standard wie 4 zu 3 oder Breitbild auswählbar, sowie benutzerdefinierte Foliengrößen eben definierbar. Wir haben hier A4 ausgewählt, beziehungsweise ich zuvor das Ganze eben hier einfach ausgewählt im Dropdown. Man kann selbstverständlich auch individuelle Breiten und Höhen ergänzen. Ich habe als Folientyp Hochformat genommen, Querformat ist voreingestellt. Insofern kreiert euch das bitte genau so, wie es eben zu eurem Report in Word passen würde. Und in der Regel ist das eben nun mal ein Hochformat A4 mit 210 x 297 mm. Also das habe ich im Vorfeld schon erledigt. Und über das Register Einfügen stehen mir nun verschiedene Formen und Werkzeuge zur Verfügung, die so ein Deckblatt letztlich erstellbar machen. Und hier gibt es ein Knöpfchen, das heißt Formen. Auch in alten Versionen ist der Formen-Button verfügbar, wo eben die Zeichenleiste aufploppt und hier verschiedene Formen von Standards, Pfeilen, Diagrammen oder Diagrammarten wie Flussdiagramm, Schaltflächen und solche Dinge eben auswählbar sind. Und ich habe mich jetzt hier für Rechtecke, Dreiecke etc. entschieden, wo eben verschiedene Standardformen schon vorhanden sind. Zum Beispiel gibt es hier einmal das rechtwinkliche Dreieck. Ich klicke das mal dazu. Einfach auswählen, klick. Ich zoome mal ein bisschen, dass man es besser sehen kann. Und schon habe ich hier ein rechtwinkliches Dreieck, das ich drehen kann und an bestimmte Bereiche eben schieben kann. Es gibt Alternativ dazu. Ich gehe nochmal hier rein. Dieses gleichhängige Dreieck. Also sprich, alle Seiten sind gleich. Und hier sehen wir schon einen Unterschied. Hier haben wir nämlich einfach nur das normale Dreieck, was wir in Größe und Breite etc. verändern können, während wir hier wiederum einen gelben Punkt entdecken. In Vorversion ist der Punkt ebenfalls gelb. Und wenn ihr gelbe Kreise seht, dann ist das in der Regel eine Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Und hier sieht man, dass ich einfach die Ecken bewegen kann und somit die Ausrichtung des Dreiecks hier verändere. Es ist ein gleichschenkliches Dreieck. Also ich bin hier etwas begrenzt in der Art und Weise, es zu verändern. Hier in dem normalen Dreieck, sage ich jetzt mal, habe ich deutlich mehr Möglichkeiten, das in eine andere Form zu packen, so wie ich es eben gerade brauche. Eine weitere Möglichkeit, ich mache das mal wieder weg, besteht darin, dass man zum Beispiel aus bestehenden Formen eine neue kreiert. Hier beispielsweise könnte ich eine Raute nehmen, wenn ich sowieso plane, diese zu verwenden. Und passe mir zum Beispiel die Größe an. Das könnt ihr auch im Register Form Formatierung. In den Vorversionen hieß es Formtools. Das meine ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Es ist auf jeden Fall das letzte Register, wenn ihr die Form anklickt. Und orange in den Vorversionen. Und ganz rechts ist die Gruppe Größe zu finden, wo man zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal 5 cm, einträgt. Und dann hat man zum Beispiel hier gleiche Seiten, wenn ich Höhe und Breite eben identisch habe. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein halbes möchte, wie hier, und es soll genau diesen Flächen eben entsprechen, dann kann man das wie folgt machen. Ich hole mir dazu noch eine Form, nämlich ein Rechteck, zum Beispiel so eins. Klicke, dann wird mir erst mal ein Quadrat erzeugt. Und dann könnte ich hier genauso 5 cm einstellen. Die Höhe reicht aus, ich mache es trotzdem mal gleichmäßig, dass man es hier sehen kann. Ich kann die also aufeinander legen und PowerPoint hilft mir dann auch, über die Hilfslinien das Ganze hier, ja, ordentlich auszurichten, ohne dass ich ausrichte Tools nutzen muss, die mir auch hier zur Verfügung stehen. Aber keep it simple, per Drag & Drop, also gedrückte linke Maustaste, werden mir diese Hilfslinien angezeigt und dann weiß ich, ob ich richtig bin. So, und wenn ich jetzt zuerst das Rechteck anklicke, dann die Steuerung-Taste gedrückt halte und danach das Dreieck, äh, Entschuldigung, die Raute markiere, dann ist das Erstmarkierte die Form, an der jetzt ausgerichtet wird, wenn ich zum Beispiel eine neue Form kreieren möchte. Im Register Formformatierung in der neuen Version findet man nämlich, ganz links, Formen zusammenführen und hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, eine einzige draus zu machen. Das habe ich zum Beispiel hier gemacht, bei dieser, die habe ich einfach vereint über diesen Weg. Man kann es kombinieren, kombinieren heißt, dass eben ein Teil, der sich überlappt, ausgeschnitten wird, das ist dann also transparent und man kann dahinter irgendwas legen, Text oder so. Dann gibt es den Einzelmengen zerlegen, ich hätte also jetzt hier in diesem Fall drei Teile, ich kann das auch mal anklicken, dass man das sieht. Hier ist einer, da und hier, also kann man hier vielleicht auch tolle Logos draus machen oder Richtungspfeile verwenden, um zum Beispiel Prozesse darzustellen, etc. Was wieder rückgängig, damit wir es zusammen haben. Oder man kann natürlich auch so etwas wie Schnittmengen bilden und man sieht, jetzt wird die Mitte genommen, also sprich, ich mache nochmal rückgängig, das, was sich hier letztlich überlappt. Das wird tatsächlich gebildet, also das ist im Grunde genommen mein Dreieck, was ich haben möchte und kann es dann eben so verwenden. Subtrahieren bedeutet, dass das, was übersteht, abgezogen wird und das ist letztlich der Unterschied zu ihm hier, denn das ist das, was sich überschneidet und das ist was, was übersteht. Hier bei Subtrahieren wird sehr deutlich, wenn ich andersrum markiere, wo der Fokus liegt, klicke ich nämlich erst die Raute an und dann mit der Steuerung-Taste das Rechteck oder mein Quadrat in dem Fall und wähle erneut zusammenführen. Dann wird bei der Schnittmenge nichts passieren, das ist ja das, was sich überlappt. Beim Subtrahieren allerdings bleibt die rechte Seite übrig. Das ist in dem Fall jetzt egal, welche Seite, weil die haben alle die gleichen Seitenlängen, aber prinzipiell kommt es halt immer darauf an, welche Formen vereine ich, welche führe ich zusammen, kombiniere ich. Da achtet bitte drauf, dass ihr immer die Ausgangsform, also von der aus alles geht, zuerst markiert. So, also mehr habe ich tatsächlich hier gar nicht gemacht. Ich habe dann hier tatsächlich das an die Wand gelegt. Man sieht auch, dass die Hilfslinie mir dabei hilft, das auszurichten. Habe dann STRG-D für Duplicate oder Duplizieren gedrückt und dann könnt ihr euch das hier in einem bestimmten Abstand letztlich anpassen. Wenn ihr nochmal STRG-D drückt, wird in der neueren Version der Abstand direkt bestimmt und die neue Form, die eben dupliziert erstellt wurde, einfach angehängt. Wenn unten kein Platz ist, wird es nach oben gepackt und andersrum, das ist also eine ganz interessante Geschichte. Ja, und so letztlich ist das Ganze entstanden, wenn ich euch jetzt nochmal eine Raute hinzufüge und ich korrigiere die wieder auf 5 cm. Das muss man hier eben zweimal eingeben, weil man verschiedene Größen hat. Lässt sich das eben hier mit den Hilfslinien wunderbar einsortieren bzw. anordnen. Also man sieht, das ist wirklich eine gute Hilfe von den Abständen her. Wenn man das natürlich dichter haben möchte, geht das genauso. STRG-D, dann richtet man es erneut aus, schaut, dass das eben passt mit den Orientierungen. Und dann hat man schon die nächste Raute letztlich erzeugt. Jetzt können wir zum Beispiel STRG-D machen, klicken hier auf den Button Drehen. Hier können wir den in verschiedene Richtungen drehen per 90 Grad oder eben spiegeln. Ich möchte sie mit Linksdrehungen, also Pfeil nach oben sozusagen setzen und dann kann man das hier dann wunderbar ausrichten aneinander und so eine eigene Form kreieren. Ja, also insofern tobt euch da gerne aus bei solchen Dingen. Hier habe ich jetzt, oder könnte ich das jetzt so machen, dass wir noch einen in die Mitte setzen. Auch hier wieder mit ein bisschen Gefühl gucken, dass die Linien alle passen. Und hier setze ich jetzt mit einem Rechteck zum Beispiel erneut eine Form hinten dran. Hier reicht mir die Höhe und ich lege die dann einfach hier übereinander, dass sie mit dem Dreieck passt und ziehe es bis an den Rand. Zusammen mit der STRG-Taste markiere ich dann die Raute noch dazu und führe die beiden Formen zusammen. Und schon habe ich eine eigene Form kreiert. Moment, ich muss es auch klicken, dann klappt es auch. Form zusammenführen, vereinigen und dann haben wir eine Form draus gemacht. Also auf die Weise kann man das hier wunderbar verknüpfen. Ich verzichte jetzt darauf, dass ich jetzt komplett alle Rauten hier erzeuge, aber das ist letztlich das Prinzip. Und so könnt ihr Kreise kombinieren, Rechtecke, alles Mögliche orientiert euch an den Hilfslinien, die hier eingeblendet werden. Und dann kann im Grunde genommen nicht mehr viel schief gehen. Ja, alles was noch fehlt. Ich habe zum Beispiel hier solche Piktogramme verwendet. Die gibt es auch erst in den neueren Versionen von Microsoft. Also 2010 hatte das noch nicht. Dafür gab es damals die Cliparts. Heute ist das unterteilt in Formen, Piktogramme, 3D-Modelle und so weiter. Und Piktogramme sind nichts anderes als Vektorgrafiken, die ja verschiedene Formen haben. Hier auch ganz toll aufgegliedert in bestimmte Themen, die man hier oben schon auswählen kann. Gesichter, Bildung, Zuhause. Also jede Menge Bildchen, die man verwenden kann. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Das ist auch immer gesplittet, einmal ausgefüllt mit Farbe, einmal nur mit Linien vorhanden. Also so kann man sich auch ein dezentes oder ein dominantes Bild letztlich auswählen für jeden, was dabei. Und das Schöne ist, hier lässt sich die Farbe einfach über die Formen-Tools wunderbar ändern oder eben das auch wiederum kombinieren mit anderen Formen. Deswegen, ja, hier könnte man zum Beispiel eingeben, auch als Suchbegriff, was wir haben möchten, zum Beispiel Telefon. Da gibt es einige, die wir nutzen können. Ich nehme mal einfach das, füge es entsprechend ein. Dann wird mir das platziert. Und ihr seht, das ist allerdings hier als Grafikformat deklariert. Es ist aber, wenn ihr euch die Leiste hier mal anschaut und ich klicke auf eine andere Form, tatsächlich ähnlich aufgebaut. Also man hat ein paar Features weniger, aber im Prinzip gibt es eben die Hintergrundfarben. Und wenn ich hier drauf klicke, sieht man das auch. Das sind die Grafikformatvorlagen. Da ist also die Füllung drin, sprich die Farbe als solche. Hier die Grafikkontur, das ist der Rand und auch Effekte. Das Einzige, was hier nicht zur Verfügung steht, ist das Text-Tool. Also ich müsste hier ein Paint-Programm mit einem Text-Tool verknüpfen, also einem Textfeld, während reguläre Formen ja einfach beschrieben werden können. Telefon wollte ich gerade schreiben. So, das wollte ich einfach nur noch mal zeigen. Das geht hier eben nicht. Hier müsste ich extra ein Textfeld noch ergänzen. Aber es soll ja eben nicht betextet werden. Es soll ja tatsächlich eine Form darstellen, insofern, wenn ihr dann sowas nutzt. Auch hier hilft euch das System von den Abständen. Man kann auch einfach beide Formen, die man aneinander ausrichtet, auswählen, klickt dann entweder auf Form oder Grafikformat und kann über den Ausrichte-Button dann entsprechend linksbündig, horizontal, rechtsbündig und so weiter auswählen. Und hier orientiert sich das System nicht an der zuerst gewählten Form oder Grafik, sondern an der größeren oder der äußersten. Hier in dem Fall ist meine Hintergrundform diejenige, die tatsächlich den größeren Bereich bietet, die größere Fläche. Und wenn ich horizontal zentrieren klicke, dann orientiert sich das eben hier mittig. Und wenn ich vertikal zentrieren klicke, eben an dieser Linie klicke ich linksbündig, ist eben auch die Hintergrundgrafik die größere, sodass es an den linken Rand hüpft. Ich mache mal folgendes, ich schiebe das nun ein Müh nach links, markiere wieder beide, würde ich also jetzt linksbündig auswählen, dann hüpft eben die große Grafik nach links und orientiert sich am linken Rand von dem Telefonhörer. So ist das eben gedacht, das Ganze. Ich mache es wieder rückgängig, wir zentrieren das und dann sieht das gut aus. Ich mache nochmal ein zweites Beispiel. Wir holen einen Brief. Zum Beispiel hier den, das ist auch was zum Thema Faxen, hier Messenger und so weiter. Auch hier können wir jetzt gucken, welche Größen hier hinterlegt sind. Das ist immer beides ein Inch. So kann ich dann das Ganze auch anpassen. Man sieht, die Grafiken sind gleich hoch. Und dann holen wir uns noch ein, was habe ich da genommen, eine Karte oder sowas. Gucken wir mal bei Karte, was da kommt. Und wenn ich jetzt einfüge, auch das hier ist 2,54 cm hoch und breit. Ja, und hier kann man das jetzt richtig cool machen. Man zieht den Hörer zum Beispiel so, wie man ihn gerne hätte, packt den irgendwo dazwischen und richtet eben den letzten Button so aus vom Abstand her, wie man es am liebsten hätte. Ich nehme mal das hier als Beispiel. Jetzt kann ich mit der Steuerung-Taste alle drei markieren, richte zum Beispiel alle oben aus und anschließend sage ich nochmal, verteile das Ganze. In dem Fall horizontal, weil die ja alle auf einer Linie liegen. Und so habe ich sichergestellt, dass es derselbe Abstand ist. Das Ganze gruppiere ich mir jetzt noch, dass ich eine Form habe. Und dann kann ich wiederum das ganze Konstrukt mit dem Hintergrundpfeil, ich sage jetzt mal Pfeil dazu, ausrichten. Das heißt, wenn ich die beiden markiere, kann ich zum Beispiel sagen rechtsbündig oder horizontal zentriert, vertikal zentriert, um eben sicherzustellen, dass das genau mittig ausgerichtet ist. Ja, das einfach nur zu den grundsätzlichen Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu kombinieren. Manchmal, also der Abstand passt hier, manchmal ist aber die Form ein bisschen ungünstiger, sodass die Abstände irgendwie nicht so richtig optisch ins Bildchen passen. Deswegen habe ich das hier zum Beispiel mit Kreisen noch kombiniert. Also auch das könnt ihr jederzeit machen. Über Formen holt ihr euch eine neue Form dazu. Ich habe zum Beispiel den Kreis genommen und wenn ich jetzt das Ganze wieder aufhebe von der Gruppierung her, ist derselbe Button, Gruppierung aufheben, sind die wieder flexibel, sodass ich sie kombinieren kann. Man sieht schon, der ist jetzt deutlich größer. Man erkennt es sowieso auch hier an den Größen. Die sind zwar gleich aufgebaut, aber es betrifft eben tatsächlich die Ränder. Da, wenn ich die genau übereinander lege, sieht man auch, das passt. Ich will den Kreis aber ein bisschen größer haben, also kann ich an der Ecke ziehen. Dann passiert eben das, dass das zum Beispiel eierig wird. Oder ich benutze die Shift-Taste, die Großschreibtaste, um das Verhältnis nicht zu zerstören. Das ist dasselbe, als würdet ihr hier eben exakt denselben Wert eingeben. Da spart ihr euch ein paar Klicks, wenn ihr einfach die Shift-Taste drückt. Und dann liegen die sozusagen übereinander. Die Hilfslinien, ich zoome mal ein bisschen hin, zeigen das auch, dass eben das genau übereinander liegt. Jetzt klicke ich noch bei Formformatieren, Ebene nach hinten. So könnt ihr die orientieren. Und ich muss jetzt ein paar Mal klicken, weil natürlich die beiden Formen noch nachträglich eingeführt werden. Und es geht tatsächlich hierarchisch, wenn die erste Form eingefügt wurde, ist die immer an der untersten Stelle. Alles, was neu dazu kommt, wird auch obendrauf positioniert. Deswegen muss man manchmal ein bisschen öfter klicken, bis die dann eben tatsächlich hintereinander liegen. Ja, so könnte man das zum Beispiel machen. Und auch hier, selbes Spiel, wenn ich die beiden markiere und über Formen zusammenführe, das ganze Vereine, passiert gar nichts. Außer, dass er die mischt, kann man ein neues Zeichen draus machen. Ich kann es kombinieren, in Einzelteile zerlegen. Aber ihr seht schon, was passiert. Der nimmt tatsächlich bei den Piktogrammen wirklich die Außenform, also das Rechteck und nicht das Telefon in diesem Fall, welches dann ausgeschnitten wird. Hier bleibt mir also nichts anderes übrig, als statt das zu kombinieren, eine Gruppierung durchzuführen, damit eine Form draus wird und ich die auch als solche dann an den anderen ausrichten kann. Ja, deswegen wollte ich das einfach nur nochmal zeigen. Piktogramme, tolle Sache, aber ich kann sie mit den Formen nicht so zusammenführen, wie eben klassisch über den Button Formen. Also alle die, die hier verfügbar sind, sind auch kombinierbar. Piktogramme, wenn die ergänzt werden, zu den Formen immer mit der Gruppierfunktion vereinen. Das als Tipp von meiner Seite. Jo, insofern, baut euch da euer System zusammen, so wie ihr das Deckblatt gerne gestalten wollt. Ich habe das eben hier schon mal vorbereitet. Das sind auch alles tatsächlich einzelne Rauten. Das ist eine Form, die hier habe ich jetzt gruppiert. Also das sind einfach schwarze Kreise mit den in weiß gefärbten Piktogrammen drauf, ja, ausgerichtet aneinander, an diesem Pfeil im Hintergrund. Mehr ist es nicht und wenn das jetzt ein Template ist, kann man die Folie anklicken, sagt einfach STRG D, genauso wie die Form vorhin. Wir duplizieren sie also, damit ich sie für später wieder habe und dann kann ich mit der duplizierten Version einfach weitermachen. Und das Formen formatieren ist eben so toll, dass man hier auch Formen, die ja tatsächlich auch getrennt voneinander sind, aber irgendwie zusammen gehören, auch kombinieren kann. Ich mache ein Beispiel. Ich klicke mal hier ein paar an. Ich nehme mal das so. Mal schauen, wie es aussieht. Ich markiere also einige davon, sage Formen formatieren, also Formformatierung, Formen zusammenführen und Vereinigung. Jetzt habe ich eine große Grafik draus. Einzelne sind noch hier vorhanden. Und dass man das besser sehen kann, seht ihr in demselben Register den sogenannten Auswahlbereich. Den kann man auswählen und dann werden alle Formen, die auf dieser Folie zu finden sind, auch dargestellt. Ich zeige das mal. Gruppierung 1, das wäre diese hier, also meine Piktogrammkombination. Dann gibt es das Textfeld, das ist das hier. Das Titeltextfeld, man kann die übrigens auch umbenennen. Man braucht nur einen Doppelklick reinzumachen. Das wäre mein Titel. Das ist mein Untertitel. Dass man es eben besser wiederfindet. Das sind zum Beispiel die Kontakt- oder die Piktogramme. Piktogramme, so wird es glaube ich geschrieben. Und so weiter. Und hier haben wir die große Freihandform, die eigentlich dazu gehört. Das könnte man also zusammen gruppieren. Und noch weitere Rauten, die ein- und ausblendbar sind. Über die, ja, das sollen Augen sein, um das Ganze eben aus- oder wieder einzublenden. Und das ist toll, denn wir haben hier die Möglichkeit, auch wenn Formen übereinander gestaltet werden, auch wenn ihr animiert oder so, die tatsächlich zu erreichen. Man muss nicht nach hinten, nach hinten, nach oben, oben bei der Ebenenorientierung klicken. Sondern kann tatsächlich dann, wenn man an eins dran möchte, hier den Button drücken, um es eben kurzfristig ein- oder auszublenden, um das Ganze besser zu managen. Und hier haben wir eben zum Schluss jetzt unsere neueste Form, das ist die hier, kombiniert. Das heißt, die Rauten sind in einer Form zusammengebracht und das sind eben die. Und dann nehme ich die übrigen, mache das auf dieselbe Weise, markiere die mit der Steuerung-Taste zum Beispiel und füge sie zu einer Form zusammen. Man sieht sofort, was passiert. Es ist jetzt eine Grafik draus gemacht und die ist auch nicht gruppiert. Also es ist wirklich eine Grafik, die dann hier ein- und ausblendbar ist. So, und jetzt füllen wir das noch mit Leben zum Schluss. Ich klicke also meine erste Form an, Formformatierung und fülle sie. Mit was fülle ich sie? Entweder mit einer anderen Farbe. Ich kann auch hier, Entschuldigung, ich kann auch eine andere Kontur wählen, dass man hier einfach eine andere Farbe hinterlegt. Die Kontur stärker zum Beispiel definiert oder gar nicht auswählt. Ich mache mal keine Kontur. Und wähle hier ein Bild statt einer Farbe aus Datei. Und dann nehme ich mir jetzt hier ein Bild von Ansplash, was ich mir runtergeladen habe vorhin. Und das sieht dann so aus. Das heißt, die Form wird gefüllt. Und ich habe jetzt zusätzlich zu meiner Registerkarte Formformatierung das Bildformat. Das war ja eben nicht da, weil ja nur Farbe drin war, welches mir ermöglicht, den Zuschnitt besser zu definieren. Und wenn ich das jetzt mal anklicke, dann kann man zum Beispiel ausfüllen verwenden. Das bedeutet, dass eben das ganze Bild so angepasst wird, dass die Formen, die das Bild letztlich anzeigen, vollkommen ausgefüllt sind. Und man sieht jetzt hier die Zuschnitt, schwarzen Strichelchen, um den Zuschnitt eben zu verändern. Und die weißen Ziehpunkte des Bildes. Und so kann ich mir zum Beispiel eine andere Größe zum Beispiel hier definieren. Ich mache das mal so, dass ich das ganze Bild auswähle und somit tatsächlich ein Vollbild auf dem, ich weiß gar nicht, ob es genau passt. Ich orientiere mich auf der rechten Seite oben und unten. Das heißt, mein Bild passt jetzt unten und auf der rechten Seite komplett hier rein. Und wenn ich jetzt zuschneide, dann wird mir genau dieser Ausschnitt dann hier platziert. Das muss ich mir deshalb merken, weil ich möchte ja die zweite Form auch damit füllen. Das ist dann also diese hier. Ich hole mir hier auch über den Fülleffekt zum einen, ich lasse mal die Ränder drin, mal gucken, wie es aussieht. Das Bild dazu, dasselbe Bild, das kann ja auch ein anderes sein. Und auch hier wähle ich Bildformat, zuschneiden, ausfüllen, um erst mal sicherzustellen, dass alles drauf ist. Und ziehe dann hier an den beiden Ziehpunkten einmal oben. Ups, das war ein bisschen schnell. Moment. Und so, jetzt nochmal. Also einmal nach da. Man kann übrigens auch mit der Steuerung-Taste das ein bisschen kleiner machen, da sieht man das besser. Und jetzt ist sichergestellt, dass eben unten diese Ecke ausgefüllt ist. Das heißt, wir haben das Bild an derselben Stelle, hoffe ich zumindest. Und ich prüfe es gleich nochmal und können das entsprechend zuschneiden. Sieht gut aus, ne? Hier überlappen die sich. Das passt ziemlich genau. So, und der Vorteil ist jetzt, dass ich eben zwei verschiedene Formen habe, die in meinem Fall dasselbe Bild tragen. Das Coole ist, ich kann jetzt zum Beispiel über die Bildformatierung Farbspiele machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel über den Knopf Farbe schwarz-weiß draus machen oder einfach das Ganze grau einfärben. Den anderen zum Beispiel lasse ich bunt oder variiere mit der Farbe, weil ich habe hier zum Beispiel blau eingestellt. Also möchte ich dieselbe Farbe dann auch hier verwenden oder möchte es dominanter darstellen mit einer anderen Farbe, gelb-blau zum Beispiel. Also ihr seid dann hier ein bisschen flexibler. Das kann man natürlich auch mit noch mehr auftröseln oder jede Form für sich befüllen. Ich finde es eine tolle Möglichkeit, einfach ein bisschen das Ganze peppiger darzustellen, ein bisschen schöner zu gestalten, ein bisschen aufregender zu gestalten, mehr zu dem Thema Magazin-Style oder sowas. Und so habt ihr hier die Möglichkeiten, das entsprechend anzupassen. Es gibt ja auch noch künstlerische Effekte, das passt jetzt hier in meinem Fall nicht, aber trotzdem manchmal funktioniert das gut oder Transparenzen, um einfach das Ganze heller oder dunkler darzustellen, um eher einen Fokus zu legen. Es gibt einen Korrektur-Button, da kann man bestimmte Bereiche weich zeichnen oder eben sehr scharf, wenn das Bild nicht sehr gut abfotografiert worden ist, etc. Man kann verschiedene Helligkeiten definieren und so weiter und so fort. Kontraste erstellen, etc. pp. Und somit entsteht am Ende ein schönes neues Bild, welches sehr, sehr schnell änderbar ist, weil ihr braucht tatsächlich, wenn ein neues Projekt kommt, einfach nur die jeweilige Form anklicken, klickt auf die Formformatierung, Fülleffekt, ladet ein anderes Bild dazu. Der Style bleibt ja identisch, aber die Möglichkeit eben, das ganz schnell auszutauschen, ist hier gegeben und dasselbe gilt selbstverständlich auch hier für unsere Formen, die flexibel bleiben. Auch die könnt ihr jederzeit verändern. Ich glaube, ich hatte hier einen anderen Gelbton genommen. Den, der normale Gelbton war es, glaube ich. Oh je, das ist jetzt sehr krass fürs Auge, aber ich hoffe, das geht. Und dann kann man das hier wunderschön aufbauen. Ja, Titel ändern, Untertitel ändern und dann kann das rüber zu Word und schon hat man ein fertiges Template. Ich mache mal folgendes. Ich markiere mit gedrückter linker Maustaste die gesamte Folie, drücke STRG-C oder rechte Maustaste kopieren, wechsle in mein Word und möchte gerne es davor als Deckblatt einpflegen. Ich stehe also mit dem Cursor vor dem ersten Buchstaben, drücke STRG-Enter. Somit kreiere ich mir davor eine neue Seite. Das hier ist ein Überschriftenformat. Das sieht man auch hier an den Absatzmarken. Also sicherheitshalber ist schon ein paar Mal dadurch ein Fehler entstanden im Inhaltsverzeichnis. Den Seitenumbruch markieren und nochmal Standard auswählen, dass wirklich keine Überschriftenformatierung drin ist oder das Absatzmarkenzeichen selbst, falls es mal nicht funktioniert, so wie bei mir jetzt gerade hier. Insofern habt ihr da keine Checkerei dann später mit dem Inhaltsverzeichnis, dass er da einen falschen Bezug setzt. Deswegen immer darauf achten. Der vererbt ja Formate, deswegen hat er das hier gemacht. Und die Absatzmarken oder das Wort Seitenumbruch wird eben nur eingeblendet, wenn ihr den Button Absatzmarken auch aktiviert habt. So ist er nämlich unsichtbar. Ihr wisst überhaupt nicht, wo er steht. Deswegen immer einschalten, bevor man das Ganze ja auch druckt oder nochmal final anschauen möchte. Ich klicke vor den Seitenumbruch, also an die erste Stelle. Und statt jetzt STRG-V zu drücken, wähle ich im Startregister den Einfügenpart hier. Und da gibt es verschiedene. Man kann auch Inhalte einfügen klicken. Und da gibt es zum Beispiel das neue Microsoft Office Grafikobjekt. Es gibt auch noch Metadateien, die haben eine tolle Auflösung und da lässt sich so eine Form wieder entgruppieren und so weiter. Das passt jetzt bei unserem nicht ganz so gut, weil er da unseren Zuschnitt wieder auflöst. Wir nehmen einfach den Microsoft Office Grafikobjekttyp, sagen OK. Und dann fügt er uns die Grafik in unseren exakt eingerichteten Objekten, also analog PowerPoint, einfach in unser Dokument ein. Und ich kann jetzt hier, weil das noch alles markiert ist, das Ganze einfach mit Drag & Drop, also ein Stück nach unten setzen, dass es zu meinen Fußzeilenabständen passt. Und dann sieht das richtig klasse aus. Jetzt müsste ich, also Blau wäre jetzt schöner gewesen, weil ich jetzt hier auch Blau verwendet habe. Aber grundsätzlich haben wir eben jetzt hier eine Blau-Gelb-Kombi. Und wenn ich das Ganze drucke, dann sieht man jetzt auf Seite 1 sieht das so aus und kann dann eben auch sehr, sehr schön in den Druck gehen. Ich habe jetzt hier noch keine Ränder richtig eingestellt. Der standardmäßig ist der ja immer ein bisschen größer auf der linken Seite wegen dem Heften. Also wenn es abgeheftet werden soll, wenn ihr die Löcher reindrückt. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Man kann das auch natürlich nach ganz links, also ohne Rand, verschieben und entsprechend seine Wünsche ausrichten. Zum Beispiel, wenn es in eine Druckerei geht, da kann man das ja auch machen. Insofern auch hier einfach nochmal anklicken, da wird das Ganze markiert. Ihr könnt das dann auch einzeln bearbeiten. Also jedes einzelne Objekt dann hier nochmal anklicken. Hier könnte man zum Beispiel über die rechte Maustaste Link die Überschriften verlinken. Also auch Kontakt, Anschrift, Ansprechpartner linken, wenn man das möchte. Wenn man dann PDF zum Beispiel erzeugt, kann man da draufklicken und landet automatisch hier. Das sieht man auch, wenn ich jetzt mit der Maus drauf fahre, Steuerung, Taste drücken, dann kommt die Hand. Das ist der übliche in Word. Bei PDF später braucht man nur klicken. Also auch hier seht ihr, lande ich direkt hier. Und so kann man eben solche Objekte auch wunderbar als Button, als Schaltflächen, als Navigationshilfen nutzen, nicht nur optisch. Ja, ich hoffe, ich habe ein paar Ideen mit diesem Tutorial geliefert oder einfach ein paar Optionen aufgezeigt, die euch da im Alltag unterstützen. Probiert das einfach mal aus. Es sind schöne Möglichkeiten. Wer die 2.10er Version noch benutzt in PowerPoint, das ist überhaupt kein Problem. Hier gab es allerdings nicht über die Form, jetzt klicke ich nochmal drauf, dieses Form zusammenführen. Das musste man sich über die Symbolleiste für den Schnellzugriff selber nochmal hinzufügen. Da haben wir aber auch schon ein Tutorial dazu gemacht. Guckt dann also nochmal in unsere PowerPoint-Playlist. Da ist das integriert. Und so ist eben auch sichergestellt, dass in den Vorversionen solche schicken Konstrukte hier kreiert werden können. Das Einzige, was eben fehlt, sind die Piktogramme. Ja, dann viel Spaß damit und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.